Ehrgeiz ist immer da. Wenn wir den nicht haben, dann können wir eigentlich zu Hause bleiben. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als einfach mal ohne Druck oder unbeschwert auf den Platz gehen können. Einfach kicken können. Freude haben und Freude hat man schlussendlich nur, wenn man gewinnt. Ja, schlussendlich geht es ja auch um Prämien, um Punkte. Wir haben vorheimischem Publikum, wenn wir sicher nicht verlieren können. Dementsprechend geht es trotzdem viel. Als FCB bist du immer ein bisschen unter Druck. Klar, dass die Fans mehr erwarten, aber es ist auch für uns Spieler nicht immer ganz einfach. Es steht auch immer noch ein Gegner auf dem Platz, der es heute sehr gut gemacht hat. Defensiv vor allem, der es uns schwierig gemacht hat. Wir geben immer unser Bestes, aber es ist schwierig. Man kann nicht in jedem Spiel eine Top-Leistung anprüfen. Nein, so weit denkt man nie im Spiel. Man gibt immer sein Bestes, gerade in die Zweikämpfe. Es kann immer etwas passieren. Von daher geben wir immer Vollgas. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe's. Das war's.